Heute präsentieren wir Ihnen die neue Beta-Version von Ergovia. Der neue Release bringt neben einer verbesserten Avatar-Kalibrierung und einem genaueren Arbeiten mit Avataren, vor allem auch mehr Möglichkeiten mit den Daten weiterzuarbeiten, die Sie in Ergovia erzeugen. Zur Visualisierung des Greifraumes können Sie im Editor-Modus einen Avatar an einer Arbeitsstation platzieren. Der Raum um den Avatar wird mit grünen, gelben und roten Wolken markiert, um zu zeigen, welche Objekte gut erreichbar sind und welche näher platziert werden sollten. Bitte beachten Sie, dass diese Avatare nicht gespeichert werden. Möchten Sie unnötigere Teile einer Aufnahme entfernen oder sich nur auf einen bestimmten Ausschnitt konzentrieren, können Sie bestehende Recordings nun trimmen. Über die Dreiecke am Anfang und am Ende der Aufnahme können Sie die Aufnahme entsprechend einkurzen. Speichern Sie das Fragment nun als separate Aufnahme durch Klick auf den Button Auswahl schneiden, rechts unten im Wiedergabefenster. Die Kalibrierung Ihres Avatars wird nun durch verbesserte Anweisungen unterstützt. Die wichtigen Schritte der Kalibrierung sind im Anweisungstext nun deutlich markiert und neue Videos zeigen die erforderlichen Bewegungen für die jeweiligen Kalibrierungsschritte. Bitte beachten Sie, dass die roten Boxen nur relevant sind, wenn Sie zusätzliche Tracker benutzen. Der Interaktionspunkt zum Greifen von Objekten befindet sich ab sofort nicht mehr auf der Kontrollerspitze, sondern auf der Hand des kalibrierten Avatars. Auf diese Weise können nur die Objekte gegriffen werden, die der Avatar auch erreichen kann, was zu einer realistischeren Bewegung während der Aufnahme fährt. Mit dem neuen Excel-Export können Sie Ihre Aufnahme jetzt sowohl aus der Prozess- als auch der Ergonomie-Perspektive betrachten. Auf diese Weise wird deutlicher, welcher Teil des Prozesses in unergonomischer Körperhaltung und über welcher Zeitraum durchgeführt wurde. Außerdem werden jetzt die Aktionen in einer Reihenfolge aufgelistet, was es deutlicher macht, wenn Prozessschritte parallel ablaufen.